Gewisse verließe Nebhares in wohl Ergebenheit für den Koning, gewisse wankte er erst daran, als er alles verloren sah, zeigte er sich dann auf der entgegengesetzten Seite voll Eifer. So geschah das nur darum, weil er fühlte, dass er manches wieder gut zu machen hatte nach seinem berühmten Tagsbefehl, schrieb er dem Kaiser, er habe das, was er soeben getan, so konstant das Vaterland getan, da er ihm aber missfeilig sein musste, so bitte er ihn, um die Erlaubnis, sich zurückziehen zu dürfen. Der Kaiser ließ ihn zurück, sagen, er sollte kommen, er würde ihn aufnehmen, wie am Tage nach der Schlacht von der Moskau war. Als Ney herauf bei Napoleon Sieg einfand, sagte er dieser Nock, er werde wohl nach allem, was ihm von Timbleau vorgegangen, Sieg der Zweifel an seiner Unheiligkeit und seine Treue nicht entschlagen haben, er verlangt also keinen anderen Posten von ihm als den eines Grenadiers in seiner Garde. Der Kaiser, statt aller Antworten, reigte ihm die Hände in dem Ör in, wie das oft geschah, den Tagwürsten unter allen Tagwürsten, einige Seiten nachher, sagte er zum Kaiser. Der Kaiser wirkliche die Lage, Nese mit der Lage, Turense, Ney konnte verteidigt werden. Turenne aber war nicht zu rechtfertigen und doch erhielte Turenne für Seibung und kam wieder zu Ehren, und Ney war wahrscheinlich verloren. Im Jahr 1649 sagt er, kommandierte Turenne, die koninkliche Armee, dieses Kommando hatte ihm aner von Österreicher, regenten des Konigsreicher Oberträgen und gejattet seines Einzes der Treue verfügte er. Seine Armee erklärte Siegung für die Freunde und so gegen Paris allein, sobald er als Stadte verrettet anerkannte, würde er ließ ihn seiner ruhigen Armee unterrennen. Der Mann den Prozess machte, flugte er Siegung, um den Gerechten zu untergehen zum Fürsten von Hessen. Ne, hingegen würde Dörker den Wunsch, Dörker den Einstimmigen zur Rufe seiner Armee hingerissen. Er ist seit neun Monaten erkannt, er einen Monarchen, an der hinter sechsmal hunderttausend Bayonetten eingesorgen war. Einen Monarchen, welcher die ihm von seiner Zürfe von Ligern und absoluten Bedingungen seiner Rückkehr vorgelegte, vorgelegte Konstitution nicht angenommen hatte und er verroge seiner Erklärung, er regiere seit neunzehn Jahren. Soweit stehen gab er, sehe alle vorherige Regierungen als Usurpationen an, Näher sorgen in den grundsätzenden nationalen Souveränitäten, hatte 25 Jahre länger für diese Sache gekämpft, und von gemeinen Soldaten, wie sie zum Marschall-Sieger im Pool geschwungen, war auch seine Beträge am 20. März nicht ehrenvoll. So ist es doch erklärbar und in einigen Rücksicht sind so Entschuldigung, aber das Betrag in Turin war wahrhaftig ein Erbrechen, weil die Freunde ein mit Spanien verwundete Partei war, die damals ihren König bekriegte. Auch hat er diesen sein eigenes und sein Familieninteresse geleitet, in der Hoffnung auf Kost in Frankreich und mithin zum Nachteil seines Vaterlands, seine Souveränität zu erhalten.